Hallo und herzlich willkommen zusammen, wie fast jede Woche, nein, dieses Mal die erste Woche des Jahres. Ich begrüße euch im neuen Jahr 2022 und wünsche euch natürlich ein gesundes neues Jahr. Die Roadmap hier allerdings auf der Robotspace Industries Webseite sieht nicht ganz so gesund aus. Die wurde nämlich lieblos behandelt, hier hat sich überhaupt nichts geändert. Dort, obwohl wir schon den Live-Patch 3.16.1 live haben, wurde hier seit dem 15. Dezember nichts angepasst auf der Roadmap. Und hier im PTU steht immer noch der Patch 3.16.0 da, merkwürdig. Nein, im PTU ist zurzeit ein Test-Patch für den Xenophred. Das läuft quasi dieses ganze Wochenende, ein Xenophred-Test-Event dafür, dass dann auch auf die Live-Server das Xenophred-Event quasi gestartet werden kann und auch ordentlich funktioniert, wird dort nochmal getestet. Wir hatten also quasi letzte Woche einen 3.16.1 Live-Patch. Die neuen Änderungen quasi aus 3.16 sind da reingekommen, also die letzten fehlenden Sachen. Und zwar nämlich die neuen Absturzstellen, die mit reingekommen sind. Ihr habt jetzt verschiedene neue Keter-Pillar-Frax, die ihr finden und erkunden könnt auf verschiedenen Planeten und Mondoberflächen. Außerdem gibt es darin ein paar Lauf- und Hebelpuzzle. Ich empfehle euch auf jeden Fall, ein Traktorbeam-Multitool mitzunehmen, wenn ihr hier auf Erkundungstor geht. Das ist nämlich auch nicht so schlecht zu gebrauchen gegen die neuen Laser-Tripmines, die mit dem 3.16.1-Patch ebenfalls jetzt ins Live-System gewechselt sind. Und ihr solltet aufpassen, wenn ihr mal einen Laser irgendwie hinter einer Tür hervorleuchten seht und besser erst mal eine Kiste oder sowas reinschieben, wenn es könnte möglich sein, dass da hinter der Tür eine schöne Explosion auf euch wartet. Also seid vorsichtig, wenn ihr hier auf Erkundungstor geht. So sieht es aus in der Roadmap. Wir hatten noch kein Roadmap-Update, obwohl das doch für letzte Woche angekündigt war. Ja, CRG hat sich da entschuldigt. Leider gab es hier ein paar Schwierigkeiten mit der Roadmap. Man will auch noch einen neuen Guide für die Roadmap einfügen, der euch die Roadmap quasi ein bisschen besser erklärt. Ja, mal gucken, was es dann letzten Endes genau sein wird. Ob es ein Video-Guide oder ein Text-Guide ist, das wissen wir quasi noch nicht. Ob es nur eine Ausrede war, wissen wir auch noch nicht. Wir wissen hoffentlich nächste Woche mehr über die Roadmap, wenn die denn dann Mitte der Woche, den nehme ich mal an, aktualisiert worden ist. Hoffe ich zumindest. Und dann werde ich euch nächste Woche natürlich hier auch die neuen Inhalte auf der Roadmap präsentieren. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal weiter. Und sehen, was ist denn im Februar so alles los in Star Citizen. Da gab es nämlich einen aktuellen Post des Months in Star Citizen. Und hier habt ihr einen kleinen Überblick, was denn so alles reinkommt. Nehme ich die 360.1, die kam rein, ist jetzt schon da. Der Xenophred wird zurückkehren. Der sollte eigentlich schon letzten Freitag starten. Doch da gab es eben ein Problem. Deswegen läuft zur Zeit auch noch das PTU mit ein paar Bugfixes für den Xenophred. Es soll dann aber starten am 3. Februar. Und ja, ich hoffe, wir haben dann alle wieder viel Spaß damit, dass wir dann ab dem Donnerstag, nächsten Donnerstag quasi, hier im Xenophred alle zusammen starten können und wieder ordentlich Alpha-UEC steffeln. Ja, ich brauche nämlich einige davon. Mein Konto hat sich etwas geleert und ich freue mich schon aufs In-Game-Event. Ja, außerdem soll hier ganz neu auf uns zukommen das Consolidated Outland Hoverquad. Bisher ist es nicht aufgetaucht. Im 360.1er PTU war es drin. Wir konnten es alle ausprobieren. Zuerst die Evocati und danach, wenige Tage später, konnten wir wirklich alle austesten und Feedback geben. Aber wo ist es denn? Also bisher ist es nicht ins Spiel reingefunden. Und hier hoffe ich dann auch, dass ich euch nächste Woche über ein Concept-Sale, beziehungsweise Flight-Ready-Sale berichten kann. Und wir dann auch mal was wissen, was hier der Preis eigentlich sagt für das Ding. Es wird ja auch vermutet in der Community bei einigen unter euch, dass das Ganze als Geschenk von CIG zur Verfügung gestellt wird. Und zwar als kleines Dankeschön für das Erreichen der 400-Millionen-Marke und für das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten bei CIG, nämlich letztes Jahr. Aber ich ehrlich gesagt bin mir da unsicher. Ein Fahrzeug einfach so, wenn es nicht für einen Referral-Code ist, wurde hier von CIG eigentlich noch nie verschenkt. Und deswegen passe ich da auf und guck mal, lass mich überraschen, ob wir letzten Endes für das Fahrzeug zahlen müssen oder ob wir es umsonst kriegen. Oder vielleicht sogar beides. Außerdem startet im Februar hier unser Red Festival. Das heißt, ihr könnt auch ingehm wieder einiges einsammeln an kleinen Alpha-UEC-Umschlägen und ein bisschen extra Geld machen, indem ihr euch auf verschiedenen Stationen und natürlich auch in den großen Städten umschaut und dort ordentlich Umschläge sammelt. Ja, starten soll das Ganze am 31. Januar. Das heißt also morgen am Montag, also heute für euch bei YouTube, wenn ihr die Folge heute schaut. Und es soll laufen bis zum 15. Februar. Ja, weiterhin soll es einen schönen Contest geben. Hier steht ja auch im Februar der Valentinstag wieder an. Und wie ihr es kennt, CRG macht ja gerne ein paar Contests mit euch, wo ihr auch was gewinnen könnt. Nämlich hier auch wieder ein Vehikel. Und es soll ein schriftlicher Contest werden. Mal sehen, ob ihr da einen Liebesbrief schreiben sollt. Gucken. Bis der Gab war es ja immer sowas wie eine Grußkarte oder so. Außerdem soll das Jumptown nochmal neu eröffnet werden. Wir haben es ja letzten Monat gespielt. Zum ersten Mal war Jumptown 2.0 mit drin im Spiel. Und ich weiß noch nicht, ob es einen neuen Namen bekommt dann für einen neuen Start. Wir befinden uns ja nicht nur bei Jumptown auf Jellar. Sondern wir haben noch zwei andere Monde. Auf denen sich dann quasi, ja, dort verschiedene Labore befinden. Nämlich auf Lyria noch. Und Microtech gibt es auch auf einem Mond. Dann hier letzten Endes, ich glaube das Clio. Noch so ein Drogenlabor, wo wir ordentlich Kisten ausräumen können. Und ebenfalls nochmal Alpha-UEC-Sheffeln. Ich bin gespannt, was so der Monat bringt. Auf alle Fälle bringt er allen Leuten, die noch keinen Star Citizen Account haben, die Möglichkeit, das Spiel mal auszuprobieren. In einem Free Flight. Ihr könnt nämlich ab dem 17. Februar hier kostenlos wieder Schiffe und natürlich das Wurst, aber auch die zusätzlichen Modi, wie den Arena-Commander, das Star Morin, alles ausprobieren. Und mal selbst testen, ob nicht Star Citizen jetzt schon ein Alpha-Status für euch erreicht hat. Wo ihr sagt, da kann man vielleicht dabei bleiben. Oder sogar was plätschen. Wenn ihr euch einen neuen Account anlegt, könnt ihr auch gerne meinen Referral-Code benutzen. Hier gibt es nämlich einen kleinen Referral-Code-Bonus. Diesmal ist es eine Rüstung und ein Sniper-Gewehr. Ich weiß nicht, ich hätte die ehrlich gesagt gerne im 10er-Pack gehabt als Referral-Bonus, weil zur Zeit mit dem Medical-Gameplay und natürlich den ersten Anflügen von Death of a Space Man verliert man seine Rüstung ganz gern. Wem die Rüstung hier allerdings gefällt, beziehungsweise wer die Rüstung jemand anders zur Verfügung stellen wollt. Wenn ihr euch ab dem 17. Februar einen neuen Account anlegt, benutzt doch den Referral-Code von einem Kumpel. Der freut sich dann bestimmt über die Rüstung hier im Game und ich glaube, ihr bekommt die sogar auch. Wenn ihr meinen Referral-Code benutzt, der sich unter dem Video befindet, dann bekomme ich natürlich die Rüstung und einen Referral-Punkt. Da sage ich natürlich dann auch Dankeschön und freue mich auch. Ja, sonst sind wir am Ende angelangt der Meldung für diesen Monat. Ich bin sehr gespannt, wie der Monat wird. Es kommt auf alle Fälle einiges auf uns zu. Für die Subscriber wird es natürlich auch wieder was Neues geben. Im Februar gibt es hier etwas zum Knuddeln und Liebhaben. Einfach Plushies werden in mich reinkommen. Ich schätze mal, dass alle Zenturien-Subscriber hier die C2 als Plushie bekommen, als kleines Kuscheltier. Die M2, schätze ich mal, werden höchstwahrscheinlich dann die Imperator-Subscriber bekommen. Neben der C2, die bekommen ja nur zwei Items, wenn ihr die große Subscription habt. Und alle im Store dürfen sich dann höchstwahrscheinlich für Geld das A2-Plushie, welches ihr hier links auf Bett seht, eben doch gern zum Knuddeln ins Bett legen. Ich finde es eine ganz schicke Idee. Als Subscriber-Flair ist es ganz okay. Allerdings ist es auch so ein bisschen runterholen nach dem letzten Hype-Subscriber-Flair, sage ich jetzt mal. Weil das war ja ein Skin-Paket, welches eigentlich einen Wert von knapp 45 Dollar hatte, für ca. 38, 37 Dollar verkauft wurde, reduziert. Und da hattet ihr schon ordentlichen Brocken als Subscriber-Flair. Dieses Mal ein bisschen was Kleineres, aber zumindest ist es plüchig. So, nach dem Subscriber-Flair werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, in die weitere Zukunft, nämlich auf eins der neuen Hacking-Tools. Das, das sehen wir hier, war im letzten Newsletter am Freitag. Und der Text dazu war einfach nur Hacking out the Metaverse. Also das Metaversum-Hacken. Ich finde das eigentlich ein ganz cooles und gelungenes Tool, weil es auch sehr robust aussieht. Sieht auch so aus, als richtig für einen Außeneinsatz gemacht. So mit dem, ja, mit dem Außengehäuse quasi. Sieht fast aus wie von so einem Mechaniker, ein Laptop oder solche Dinge, die speziell noch geschützt sind, weil sie dann doch mal runterfallen im Arbeitseifer oder irgendwo dagegen schlagen und dann doch nicht gleich kaputt gehen sollen. Ja, gespannt bin ich natürlich auf das Hacking-Gameplay selber, nicht nur auf das Hacking-Tool. Hier sehen wir schon mal das Tool dazu, finde ich ehrlich gesagt ziemlich gelungen. Im Hintergrund haben wir hier übrigens Hürsten-Security. Ich weiß also nicht, ob derjenige hier vielleicht sein Crime-State gerade hacken will. Ob das dann anders aussieht? Ich bin sehr gespannt. So, und ich habe euch gleich nochmal ein zweites Sneak-Pick mit rausgesucht, weil das ist nämlich auch ein besonders schönes. Das gab es in der Woche davor im Newsletter, im Freitags-Newsletter zu sehen. Und hier hieß es dazu, ihr könnt es vielleicht schon vermuten bei dem Bild. Joho, Joho, Pirate's Life for me. Also ungefähr so viel wie Joho, Piratenleben für mich. Ihr seht nämlich hier in das Cockpit der Drake Corsair, an der ja jetzt angefangen wurde zu arbeiten. Das sehen wir dann später auch noch in den Video-Inhalten. Und ja, hier haben wir schon so einen kleinen Einblick, wie das Cockpit denn dann aussehen wird. Erinnert mich auch wirklich sehr an die Caterpillar, an die ganze Cutlass-Reihe. Hier hinten das Innenleben sogar noch, an die Herald zum Beispiel. Also hier kommt der Drake Flair und Charme auf alle Fälle schon rüber, finde ich. Tja, wenn ihr es nicht so seht oder anders seht, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, und nach den stillen Inhalten kommen wir wie jede Woche natürlich auch zu den bewegten. Nämlich zu den Video-Inhalten, die ganz neu die ersten dieses Jahres sind. 2022 hat jetzt auch hier bei CIG begonnen und neue Videos werden produziert. Hier ganz am Anfang, natürlich vom letzten Donnerstag, das Inside Star Citizen. Dieses hat sich ebenfalls nochmal mit den Wracks beschäftigt. Und wir konnten hier schon mal so ein bisschen einen kleinen Blick auf zukünftige Wracksstellen, beziehungsweise auf Wrack-Abschlussstellen werfen, die jetzt schon im Game sind. Ihr seht, das Ganze sieht ein bisschen schöner aus, ein bisschen stimmiger. Und ja, nicht so einfach, wie wir bisher quasi die Wracks gesehen hatten. Hier soll natürlich auch noch mit weiteren Schiffen gearbeitet werden, als der Caterpillar. Bisher wurden nur mit Caterpillar Wracks gearbeitet, diese also quasi ins Wracks einzufügen. Aber hier werden natürlich auch noch Starfighter kommen, Reclaimer und so weiter. Wir konnten nämlich auch schon ganz, ganz viele Concept-Arts hier in der Folge und Visionen quasi der neuen Wracks begutachten. Und da scrolle ich doch mal schnell ein bisschen hin. Und ihr seht hier, wie solche Wracks denn in Zukunft vielleicht sogar noch aussehen könnten. Und das auch in verschiedenen Biomen. Hier werden quasi verschiedene Concept-Arts angelegt. Und hier spricht auch der Senior Concept-Arts dazu, der passende für quasi unsere Absturzstellen. Ja, mit der Reclaimer sieht es besonders toll aus. Natürlich auch, wenn so ein Reclaimer verwittert ist. Wir haben ja auch Verwitterungszustände dann in Star Citizen. Und ja, ihr seht hier, wie so ein kleines Lager drumherum. Finde ich schon echt nice. Und hier die Reclaimer mit oben dem kleinen Landepad drauf. Ist schon nett gemacht. Gefällt mir gut. Ja, hier haben wir mal ein größeres Fach. Oder hier vielleicht mal in einem ganz anderen Biom. Was, was wir bisher noch gar nicht in Star Citizen haben. Nämlich Dschungel. Sehr schön gemacht. Man darf natürlich nicht zu viel Arbeit reinstecken. Die dürfen nicht zu detailliert sein. Ähm, hat auch der Javit Hakeby nochmal in der Freitagssendung erklärt. Denn, ähm, man soll natürlich nicht zu viel Zeit für Details aufwenden. Ähm, sonst, äh, kommt man eben dazu, dass man ein Bild fertigt in der Zeit, wo man vier Concept-Arts machen könnte. Aber es gibt auf alle Fälle schöne Ideen. Hier zum Beispiel auch eine Absturzstelle im Wasser. Wo sich dann natürlich auch so ein bisschen, ähm, Society gebildet hat. Die Leute, die dort eben jetzt leben. Nach dem Absturz. Wahrscheinlich schon echt schöne Sachen dabei gewesen. Hier seht ihr noch eine ausgebrannte Cutlass. Und hier weiter hinten. Ein Bild, was mich doch sehr an die Mandalorian erinnert hat. Seht ihr das? Mhm. So, und der zweite Teil der Folge, der handelt sich um was, ähm, ja, was uns meistens interessiert. Das war nämlich der Sprint-Report. Da ging's mit jede Menge neuen Inhalten weiter, die nicht ganz so weit in der Ferne liegen. Wie hier zum Beispiel das Pure of Heart Hospital für Lorville. Welches mit 3.17, dann der Alpha-Version 3.17 von Star Citizen, eben hier auch auf die Live-Server kommen soll. Hat schon ein bisschen 20er-Jahre-Flair hier, die Bilder von der Hürsten-Family. Leichte Mafiosi-Anwandlung. Außerdem konnten wir auch schon in das Mercy Hospital sehen, auf Levski. Ja, Delamar ist zurzeit zwar nicht in Star Citizen, befindet sich hier im Nyx-System, ist rausgewandert aus dem Stanton-System. Aber trotzdem gibt's hier so ein paar Concept-Arts, wie denn letzten Endes, das Mercy Hospital in Levski aussehen soll. Auch schön, find ich. Levski mochte ich immer. Ja, und dann kommen wir zu was, was nicht ganz so weit weg ist wie Levski. Nämlich den Mining-Gadgets. Die sollen dann ebenfalls in Alpha-3.17 ihren Weg finden in die Spiele, in die Hände der Miner. Und hier sehen wir auch so ein bisschen, wie das Ganze aussehen soll. Ihr kauft euch quasi erstmal so ein Mining-Gadget. Packt's euch natürlich dann auch ins Inventar. Zum Beispiel ins Schiffs-Inventar, wie der Gute hier das zum Beispiel gerade macht. Dann zieht ihr los mit eurer Prospektor. Scandt einen Stein. Guckt natürlich auch auf die Resistenzen und Instabilitäten. Hier auf der rechten Seite. Die sollen wir uns mal merken. Die verändern sich nämlich gleich. Hier habt ihr nämlich zum Beispiel gerade eine Resistenz von 0,18. Ja, dann müsst ihr euer Tool nehmen. Havert raus. Macht ihr quasi ein EVA. Hin zum Brocken. Virus will es. Bringt das ganze Ding an. Und müsst es auch noch konfigurieren. Hier natürlich auch verschiedene Eigenschaften, die der Stein eben gerade aufweist. Und ihr solltet mit eurer Skala hier hinten, mit dieser Waveform-Accuracy über 90% steigen. So solltet ihr quasi das Mining-Gadget konfigurieren. Und dann hilft es euch auch beim Mining-Vorgang. Sollte es beim Mining-Vorgang nicht zerstört werden, könnt ihr es auch wieder einsammeln. Also nochmal rausgehen, EVA. Und dann eben mitnehmen und wiederverwenden. Hier seht ihr schon, dass sich die Resistenz verändert hat. Aber dafür eben auch die Instabilität besser geworden ist. Resistenz ist jetzt ein Stück nach oben gegangen dafür. Ja, alles hat halt einen Haken. Ja, das war quasi der Teil hier zu den Mining-Gadgets. Danach konnten wir einen Blick auf die neuen Cluster-Missiles werfen. Und ich habe schon ganz genau rechts aufgepasst in der Raketenanzeige, ob es denn die Rettler-Raketen sind, die wir ja eigentlich schon im Spiel haben und früher mal gerne genommen haben. Nein, sind es nicht. Die heißen anders. Keine Rettlers. Außerdem, neben den Cluster-Raketen sollen natürlich auch die Cluster-Bomben ins Wurst kommen. Daran wird gerade gearbeitet und hier die ersten Tests gemacht. Noch funktioniert das nicht ganz so stimmig, weil nämlich eine Bombe auch unter anderem mal eine andere ausschaltet, die danach rausgeworfen worden ist. Aber wird sicherlich immer besser mit den Tests, die hier voranschreiten bei CRG und mit den Arbeiten natürlich an den Cluster-Bomben. Ehrlich gesagt, wer so aufpasst gerade zur Zeit, in Horizon, im Ausstellungsgelände, glaube ich, dürfte eine der Cluster-Bomben zu finden sein. Ihr könnt die kaufen, aber könnt sie leider nicht im Schiff installieren. Wir haben es natürlich schon ausprobiert. So, als nächstes kam es hier, was ihr nach einer Bombe braucht, nämlich was zum Aufräumen. Die Drake-Walcher wurde gezeigt. Und die ist auch echt weit vorangeschritten. Die ist nämlich in ihrer Final-Art-Phase. Und ihr seht es wirklich schon relativ fertig. Hier die verschiedenen Behausungen. Ihr habt einen Habitation-Bereich gerade gesehen mit Bett und so weiter. Hier könnt ihr natürlich auch eure Anzüge und Waffen aufbewahren. Oder vielleicht sogar ein Traktor-Beam-Tool oder solche Dinge. Ein großes. Unten gibt es dann den Processing-Area, also den Processing-Bereich, wo dann letzten Endes euer Schrott auch zusammengequetscht wird und hier hinten als Kiste rauskommt, die ihr dann letzten Endes ja auch verkaufen könnt. Ich bin sehr gespannt auf hier das Starter-Salvage-Schiff von Drake. Und ja, werden wir das sicherlich noch rechtzeitig wieder aus dem Byback holen. Ich freue mich drauf, Salvage auszuprobieren. Toilette bringt das Ganze natürlich auch mit. Allerdings ohne Waschbecken. Ja, müsst ihr unten das Becken nützen, wenn ihr euch hier in der Drake-Walcher die Hände abstauben wollt. Sieht schon sehr nach Drake aus. Sehr cool. Ja, weiter geht's mit der Greybox-Phase der RSI Scorpius, die wir jetzt hier sehen im Bild. Ja, da wurde quasi auch schon angefangen zu modellieren. Natürlich auch schon die verschiedenen Schub- und Öffnungen vorzusehen. Schubladen, Schubfächer, beziehungsweise eher Komponentenzugänge, die hier das Schiff braucht. Es gibt natürlich auch einen Zugang für den Storage und so weiter. Oder für ein paar Waffen, die ihr in ein kleines Waffen-Rack legen könnt. Aber auch die Komponentenzugänge sind ja wichtig. Und ja, daran wird hier schon überall gedacht und eingebaut fleißig in der Greybox-Phase. Mit ausgeklappten Flügelchen sehen wir die gute Scorpius auch nochmal. Unseren X-Wing in Space von Star Citizen. Äh, X-Wing in Spee meinte ich eigentlich. So, danach gab es einen kleinen Blick auf die Hall A, die ja ebenfalls schon im nächsten Patch kommen soll. 3.17 bringt ja wie die Scorpius eigentlich auch die Hall A mit. Ich bin sehr gespannt, ob beide Patches direkt mit 3.17.0 rauskommen, ob beide Schiffe beim Patch 3.17.0 rauskommen. Oder ob wir erst auf 3.17.1 wieder warten müssen, bis dann die Schiffe fertiggestellt worden sind. Ja, das ist der Innenraum, der Engine-Raum der Banu Merchantman. Hier hatten wir ja schon mal ein Video gesehen, wo sich viel bewegt hat. Hier, das ist eher ein Concept-Bild. Da bewegt sich jetzt nicht ganz so viel. Das ist nämlich ein Whitebox-Bild. Ja, und Banu Merchantman-Eigner hochgehört. Ihr bekommt ein Gefängnis. Da haben sich viele gefreut. Ihr seht nämlich verschiedene Zellen. Ja, in der Banu Merchantman werde ich auch ein paar Gefangene machen können oder eure Sklaven gut aufbewahren. Ja, als letztes gibt es noch einen Blick hier auf die ersten Arbeiten. Der Early Whitebox, der Drake Corsair. Ein Schiff, welches mit Sicherheit vielen am Herzen liegt. Ich hatte es mir damals auch gekauft, als es rausgekommen ist. Zurzeit habe ich es nicht im Hangar. Ich bin mal gespannt, ob ich es wieder raushole. Sieht schon echt ganz funny aus. Was auch ganz gut aussieht, ist hier das Spacescaping. Und damit natürlich auch die neuen Gaswolken. Und zwar handelt es sich hier nicht um irgendwelche Gaswolken. Das sind welche für die Lagrange-Punkte. Also die L1, L2 und so weiter Punkte. Kennst du von Star Citizen? Für Pyro. Deswegen hat hier auch alles so ein bisschen rötlichen, ja, Lila einen Touch. Also alles geht immer ein bisschen ins Rötliche. Die ganzen Bilder. Denn, soweit ich weiß, gibt es da auch so ein bisschen rötliches Licht in Pyro. Eine rötlichere Sonne. Und damit wirkt das alles ein bisschen rot. Außerdem gibt es viel Debris, viel Schrott, was da rumfliegt. Im Pyro-System. Ihr seht es schon. Müssen wir vorsichtig sein wahrscheinlich beim Fliegen. Könnte ich ganz so aufs Gras treten. Ja, außerdem, als nächstes gibt es noch einen Blick in die Bitebox der Interieurs der Raumstationen für das Pyro-System. Das sind jetzt quasi die Outlaw-Raumstationen. Ebenfalls natürlich noch alles in Arbeit begriffen. Kann sich natürlich immer noch ein bisschen was ändern. Ja, aber so ungefähr kann es aussehen. Oh, so sieht es hoffentlich nicht bei euch im Elektro-Raum aus. Zu Hause hoffe ich. Ja, nachdem wir einen Blick in die Interieurs werfen konnten, hier auf ein paar Konzepts, konnten wir sogar noch einen Blick auf die Exterieurs werfen. Beziehungsweise auf ein Exterieur einer der Raumstationen für das Pyro-System. Und das dann eben gleich verbunden, hier im Hintergrund mit den neuen Gaswolken und schon so ein paar Wettereffekten, sieht schon ganz anders aus als in Stanton, oder? Freue ich mich auf alle Fälle drauf, ist natürlich noch unfertig die Stationen. Hier gibt es viele Stellen, die fehlen, wo Texturen quasi fehlen, wo die Hangars noch nicht richtig fertig sind und so weiter. Ihr seht es auch gerade, wo es auf den Hangar zugeht, dass hier natürlich irgendwie Bereiche sind, die noch nicht fertig sind. Aber es wird eben schon dran gearbeitet an den Exterieurs und das ist doch schon mal gut. Ich bin gespannt auf alle Fälle, ob Pyro dann auf dem Patchkarten nächste Woche auftauchen wird im Release-View. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht dran, dass wir auf unseren, ja, auf unsere Roadmap und Patchover-Überblick quasi die 4.0 bekommen. Aber ich bin gespannt, mal sehen, was nächste Woche rauskommt. Ja, was rausgekommen ist auch im nächsten Videoinhalt. Der letzte für diese Woche, der nämlich auf Twitch gelaufen ist, war das Star Citizen Live. Und hier ging es dann nochmal um die neuen Absturzstellen und ganz im Speziellen um das Konzipieren eines Concept Arts für eine Absturzstelle. Ja, hier war quasi auch wieder Senior Concept Artist Fred Dupere zu Gast, den wir gerade eben schon in dem Inside Star Citizen gesehen hatten, ganz kurz. Und der hat sich hier mit dem Jared Huckabee, ja, vom Scratch an, also wirklich vom Grundhals auf, ein neues Konzept einer Absturzstelle überlegt. Und ich scroll jetzt hier mal so ein bisschen durch, dann seht ihr den Werdegang im Schnelldurchlauf. Gab nicht so viele Informationen in der Folge. Eher natürlich, wie man jetzt hier dran arbeitet, Photoshop einsetzt, beziehungsweise letzten Endes sich ein schönes Bild macht von so einer Absturzstelle. Und das dann letzten Endes auch ein bisschen umsetzt. War schon echt cool. Hier gab es quasi dann das neue Konzept zur Absturzstelle. Schönes Bild. Und vor allem wurde auch darauf hingewiesen, dass es mal ein Concept Bild ist, welches nicht aus dem Gesicht von Jared Huckabee aka Discolando geformt worden ist. Da hat er sich gefreut, weil es war nämlich nicht der Jeremiah Lee zu Gast. Aber der ist in den letzten zehn Minuten dann doch noch aufgetaucht, nachdem er quasi seine Besprechung hier fertig hatte. Und in den letzten zehn Minuten, die hat ihm der Arbeitstag auch noch gereicht, um den Jared Huckabee aka Discolando hier ein bisschen zu trollen. Also das Ende war natürlich wieder ziemlich lustig, weil wenn der Jeremiah Lee und der Discolando aufeinandertreffen, wird es eh immer lustig. Und ja, ich glaube der Discolando hat auch schon Angst, dass hier der Jeremiah Lee, die anderen Concept Artists, so ein bisschen mitzieht auf seine Linie, um den Discolando zu verhunepeepeln. Ja, gucken wir mal, wie es nächste Woche hier weitergeht, was es dann letzten Endes für Themen gibt, für das Inside Star Citizen und für das Star Citizen Live. Für diese Woche war es das mit den Themen, war es das mit der Zusammenfassung. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt auf alle Fälle gesund, passt wie immer auf euch auf, auf eure Lieben. Guckt vielleicht auch mal bei Twitch vorbei, die Links findet ihr alle unten. Bis bald und bleibt gesund. Tschüss! Tschüss!